Unzählige Menschen wollen in den Wäldern Nordamerikas einem rätselhaften Wesen begegnet sein. Groß, aufrechtgehend, der Körper mit Haaren bedeckt. Zu menschlich, um ein Affe zu sein, zu animalisch, um als Mensch zu gelten. Bigfoot. Zeugenberichte, Fußspuren, Haarproben, Fotos oder Videoaufnahmen. Die Liste von vermeintlichen Beweisen ist lang. Für die einen sind sie nichtssagend oder plumpe Fälschungen, für die anderen ausreichend, um die Existenz einer riesigen affenähnlichen Kreatur zumindest denkbar erscheinen zu lassen. Über 5000 Sichtungen von ihr sind heute in verschiedenen Datenbanken verzeichnet. Sie alle trugen dazu bei, unser heutiges Bild von Bigfoot zu formen. Zum Stereotypus gehören auch die immer selben Laute. Äste, die gegeneinander schlagen. Whoop-Laute. Pfeifen oder Grunzen. Doch ist das wirklich die Art, auf der ein Wesen kommunizieren würde, dass weder Mensch noch Affe ist? Glaubt man den Erlebnissen einiger Zeugen, ist dem nicht so. In den 1970er Jahren wollen Jäger tief in den Bergen der kalifornischen Sierra Nevada ungebetenen Besuch erhalten haben. Die Männer fertigten mehrere Tonaufnahmen an. Darauf zu hören etwas, das ihrer Meinung nach Bigfoot ist. Insgesamt 90 Minuten Tonmaterial ist damals entstanden. Material, das auch 50 Jahre später noch polarisiert. Viele sind beim ersten Anhören intuitiv der Meinung, dass hier eine Fälschung vorliegt. Vermutlich seien menschliche oder tierische Stimmen bearbeitet oder einfach rückwärts abgespielt worden. Ein raffinierter technischer Trick. Vermutlich um Aufmerksamkeit zu erhalten oder um Geld zu machen. Doch in einer Sache unterscheiden sich die Sierra Tapes von anderen Beweisen. Denn sie wurden nicht nur von denjenigen begutachtet, die eine Existenz Bigfoots ohnehin annehmen. Stattdessen fanden mehrere wissenschaftliche Untersuchungen statt. Unter anderem von Linguisten, Anthropologen, Signaltechnikern und Sprachexperten des Militärs. Einige ihrer Schlüsse könnten voreilige Skeptiker überraschen. Die Tonbänder seien nicht manipuliert worden. Wer oder was auch immer darauf zu hören ist, wäre kein Mensch. Und es handele sich um eine komplexe, völlig unbekannte Sprache. Dies ist die Geschichte der Sierra Sounds. In Kalifornien erstreckt sich der längste Gebirgszug der USA, die Sierra Nevada. Hier beginnt die Geschichte im Juli 1971. In einer abgelegenen Gegend, die nur zu Fuß oder zu Pferd zu erreichen war, befand sich ein kleines Camp, errichtet von Jägern. In knapp drei Kilometern Höhe und vielen Kilometern Entfernung zur nächsten Straße trafen sich einige Männer regelmäßig an den Wochenenden, um wild zu schießen. Zu ihnen gehörte auch das Bruderpaar Warren und Louis Johnson. Warren war 42 Jahre alt, Familienvater und Vorstand eines Unternehmens. Sein Bruder Louis war 32 und Chemiker. Die Jagdsaison begann zwar erst im Herbst, trotzdem wollten die Männer bereits im Sommer das Lager inspizieren. Neben einem selbstgebauten Unterschlupf aus Baumstämmen und Ästen umfasste es auch eine Kochstelle und ein Lagerfeuerplatz. Eine improvisierte Toilette und alte Milchkannen, in denen Essen gelagert wurden. Hin und wieder verirrten sich auch allzu neugierige Schwarzbären hierher und richteten ein kleines Chaos an. Warren und Louis Johnson wollten daher sicher gehen, dass das Camp nicht verwüstet war. Als sie in der ersten Juliwoche 71 eintrafen, sollten sie eine Überraschung erleben. Tatsächlich wirkte es, als ob irgendjemand oder irgendetwas vor nicht allzu langer Zeit hier war. Die Milchkannen standen plötzlich an anderen Stellen. Im Unterschlupf waren Schlafsäcke mit einer Schnur an der Decke befestigt. Doch die Schnur wurde gelöst. Andere Gegenstände wurden hinaus ins Freie getragen. Doch geschah dies offenbar nicht durch einen Bären. Nichts wurde angefressen. Nirgends waren Spuren von Tatzen oder Klauen zu sehen. Vielmehr wirkte es, als wäre das Lager von einem neugierigen Eindringling durchsucht worden. Seit 20 Jahren kamen die Johnson-Brüder in ihr gut verstecktes und geheim gehaltenes Camp. Doch so etwas erlebten sie zum ersten Mal. Später am Abend begaben sich die beiden zur Kochstelle, tranken Tee und saßen am Feuer. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit legten sie sich schlafen. Zumindest versuchten sie es. Denn bald schon schreckten beide Männer hoch. Von der Kochstelle war plötzlich ein lauter Krach zu hören. Irgendetwas hatte offenbar die Teekanne umgeworfen. Zuerst dachten Jäger an ein Bären. Doch was dort draußen in der Dunkelheit umherging, klang ganz und gar nicht wie ein Bär. Lautes Schnaufen und Grunzen wechselten einander ab. Die schweren Schritte ließen den Boden vibrieren. Dann gab es einen Schrei. Wie sollten die Brüder reagieren? Sie waren lediglich mit einem Revolver bewaffnet. Zu klein, um ein großes Tier zu beeindrucken. Doch während sie noch überlegten, war der unbekannte Eindringling durch die Büsche verschwunden. Die Johnson schnappten sich daraufhin ihre Taschenlampen und gingen draußen nachsehen. Das Camp war in Teilen verwüstet. Auf dem Grill lag noch Schinken. Offenbar hatte dieser das Interesse des Eindringlings geweckt. Außerdem war die heiße Teekanne umgestoßen worden. Vermutlich hatte sich jemand verbrüht und deswegen geschrien. Spätestens als die Männer zu Boden blickten, war klar, dass hier ganz sicher kein Bär am Werk war. In der Erde zeichneten sich Fußspuren ab. Sie ähnelten den eines barfuß laufenden Menschen. Nur, dass sie mit knapp 45 Zentimeter deutlich größer waren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Warren und Louis Johnson mit Bigfoot absolut nichts zu tun gehabt. Weder interessierten sie sich für das Thema, noch hielten sie Geschichten über solche Wesen für wahr. Für die Brüder waren es einfach nur Legenden der Native Americans. Also begaben sie sich zurück in den Unterschlupf. Kurze Zeit später schien der Eindringling zurück zu sein. Diesmal bewegten sich die schweren Schritte direkt auf die Johnsons zu. Schweres Atmen war zu hören. Dann zog jemand ein paar Äste aus der Hütte. Direkt danach verschwand der ungebetene Gast ebenso unvermittelt, wie er aufgetaucht war. Lies aber noch einen gewaltigen Schrei los, wie ihn die Männer so noch nie gehört hatten. Am nächsten Morgen ging sie wie geplant nach Hause. Allerdings mit der Absicht, in zwei Wochen wieder zum Camp zu wandern und das Mysterium zu erkunden. Diesmal hatten sie größere Waffen dabei. Dazu noch Kameras und auch Tonbandgeräte. Außerdem wuchs die Gruppe auf insgesamt fünf Mitglieder an. Neben Warren und Louis Johnson waren auch dabei Warrens 23-jähriger Sohn Larry, der Familienfreund Bill McDowell und als fünfter Mann ein äußerst erfahrener Jäger. Sein Name wurde in späteren Berichten geheim gehalten. Und zwar aufgrund der Dinge, die sich nun im Camp ereignen sollten. In der Nacht, als alle fünf Männer sich in den Unterschlupf zurückgezogen hatten, waren dieselben Geräusche wie vor zwei Wochen zu hören. Tiefes Grunzen, schwere Schritte und ein Brusttrommeln. Für den fünften Mann war das zu viel. Er erlitt einen Nervenzusammenbruch und wollte zum nächsten Ort rennen. Eine Strecke von fast 20 Kilometern. Die anderen mussten ihn gewaltsam davon abbringen. Eigentlich war er ein erfahrener Jäger und hatte bereits unzählige Nächte in den Wäldern verbracht. Doch nach der heutigen Nacht schlief er nie wieder im Freien. Ganz anders der Rest der Gruppe. Warren, Louis und Larry Johnson sowie Bill McDowell holten sich weitere Verstärkung für ihr Camp. Und zwar Ron Moorhead. Moorhead war ein Freund von Bill McDowell und sollte sich fortan ums Kochen kümmern. Die fünf Männer begaben sich im Herbst 71 mehrmals in das Sierra Camp. Mikros wurden um den Unterschlupf herum platziert. Sie zeigten direkt zu den Bäumen. Von dort waren regelmäßig seltsame Laute zu hören. Doch dabei blieb es nicht. Immer wieder stieß man auf riesige Fußspuren. Die Männer wussten, dass ein Foto der Beweis dafür wäre, dass sie es hier nicht mit einem Menschen oder einem bekannten Tier zu tun hätten. Einmal versteckte sich Warren in einem hohlen Baumstumpf. Er bedeckte sich dabei mit einem Tarnnetz. Hier wartete er mit seiner Kamera in den Händen. Doch sobald er sein Versteck eingenommen hatte, verstummten die Laute. Begab er sich zurück in den Unterschlupf, begann sie wieder. Gegenüber Tonbandgeräten zeigten sich die unbekannten Besucher weniger scheu. Die Aufnahmen waren aber qualitativ eher bescheiden. Und somit nicht Beweis genug. Deswegen versuchten die Jäger, unabhängige Zeugen in ihr Lager zu holen. Sie fragten mehrmals bei geeigneten Experten an, kontaktierten aber weder Presse noch TV. Sie wollten nicht an die Öffentlichkeit gehen, ehe sie nicht selber wussten, was in den Sierras vor sich ging. Warren Johnson meldete sich bei National Geographic Society, allerdings ohne Erfolg. Auch bei der Anthropologischen Fakultät der Universität von Kalifornien war niemand bereit, das Camp zu besuchen. Als kein Vertreter der Wissenschaft irgendein Interesse zeigte, schrieb Warren Johnson schließlich dem Bigfoot-Forscher Peter Byrne. Byrne zeigte sich eher gleichgültig und hielt die Sache für unglaubwürdig. Allerdings wohnte ein Freund von ihm ganz in der Nähe der Sierra Nevada. Er könnte ja mal einen Blick auf die Sache werfen. Sein Name? Al Barry. Als Barry im Winter 71 den Kontakt zu der Jägergruppe herstellte, war er sich sicher, es könne nur ein Schwindel sein und er würde das beweisen. Er ahnte noch nicht, dass er nur sechs Monate später eine der berühmtesten Tonaufnahmen der Welt anfertigen und sein restliches Leben nach Bigfoot suchen würde. Al Barry vereinbarte ein persönliches Interview mit den Männern. Im Juli 72 war es soweit. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Jäger noch nicht, dass Barry kein Bigfoot-Forscher war, sondern ein Zeitungsreporter. Als sie dies erfuhren, waren sie zunächst außer sich. Sie fürchteten, dass ihre Erlebnisse in die Öffentlichkeit getragen und sie selber lächerlich gemacht würden. Barry versprach aber absolute Diskretion. Und so ließen die Männer sich einzeln befragen. Obwohl Barry und sein Mitarbeiter alles versuchten, um die vermeintlichen Fälscher durch geschicktes Fragen zu entlarven, kam es zu keinerlei Widersprüchen. Sie präsentierten Fotos der Fußspuren und einzelne Tonbandaufnahmen. Keiner der Jäger schien seine Erfahrung unnötig aufzubauschen. Nur einer von ihnen, Louis Johnson, hatte eines der Wesen gesehen. Im Mondschein war ihm eine große Silhouette aufgefallen, aufrechtgehend. Etwa zwei Meter vierzig bis drei Meter groß, ohne sichtbaren Hals. Insgesamt dauerte die Befragung fünf Stunden. Anschließend erklärten die Männer sich bereit, Al Barry mit in das Sierra Camp zu nehmen. Im Oktober 72 war der Reporter erstmals im Lager. Anfangs schien wenig zu passieren. Barry zeigte seine Skepsis mehr als deutlich und war bei den Jägern daher recht unbeliebt. In Abwesenheit der anderen durchsuchte er deren Rucksäcke. Vielleicht würde er vorgefertigte Tonbandaufnahmen und Lautsprecher entdecken. Oder geschnitzte Füße, um Abdrücke zu hinterlassen. Aber Barry konnte nichts Verdächtiges finden. Auch zwischen den Bäumen schien es keinerlei verstecktes Gerät zu geben. Eines Abends war es dann soweit. Barry hatte selber ein Mikrofon zwischen den Stämmen platziert und lag wie die anderen mit seinem Aufnahmegerät im Unterschlupf. Draußen, den Berg hinauf, brachen Zweige. Schwere Schritte waren zu hören. Und Pfiffe, die aufeinander reagierten. Der Klopfer ist verlief. Let's see. Come on, boy. Come on. I ain't looking good. Oh, I hear nothing. Come on. Come on now. Come on. Come on. Come on. Come on. What's going on? Die Männer verließen ihren Unterschlupf und platzierten einen Schinken als Köder. Daraufhin verstummten die Laute. Es folgte ein aggressives Grunzen wie von einem Gorilla. Die beiden unbekannten Sprecher schienen nun regelrecht zu streiten. Womöglich wegen des Köders und wie sie darauf reagieren sollten. Irgendwann verstummten die Laute. Am nächsten Morgen wurden aber riesige Fußspuren gefunden. In den folgenden Nächten kam es zu weiteren Interaktionen, ohne dass die Wesen sich zeigten. Manchmal war eine höhere Stimme zu hören, wie von einem Kind. Eines Tages fand Barry ein blondes Haarbüschel an einem Baum. In der Erde darunter waren Fußabdrücke, die beinahe 50 Zentimeter lang waren. Der Reporter war noch immer felsenfest entschlossen, das Rätsel des Sierra Camps zu lösen. Er schickte die Haare zu einem Zoologen der Universität von Kalifornien. Einem Professor namens Seth Benson. Benson gab die Probe nach über einem Jahr zurück und sagte, dass es vermutlich ein Bär wäre und er sowieso nicht an Bigfoot glaube. Barry aber genügte dieser Aussage nicht. Er wollte unbedingt herausfinden, was in den Bergen der Sierra Nevada umherging. Er bemühte sich früh darum, fähige Experten für die Analysen seiner Tonbänder zu gewinnen. Tatsächlich haben sich Vertreter aus Anthropologie, Linguistik und Signaltechnik mit dem sogenannten Barry Tape beschäftigt. Einige Aussagen dürften Skeptiker überraschen, aber dazu später mehr. Denn Barry war nicht der einzige aus der Gruppe, dem eine sensationelle Aufnahme gelang. Nachdem es im Jahr 73 eher ruhig geblieben war, sollten die Aktivitäten 74 ihren Höhepunkt erreichen. In Anwesenheit von Ron Moorhead und Bill McDowell entstand das zweite Sierra-Tape, das Wissenschaftler bis heute vor eine Rätsel stellt. 1974 ging Ron Moorhead mehrmals alleine zum Sierra-Camp. Die anderen Männer mussten arbeiten. Im September, kurz vor der Jagdsaison, stieß Bill McDowell hinzu. Eines Abends saßen beide an der Feuerstelle und unterhielten sich. In etwa 40 Metern Entfernung berachen plötzlich mehrere Äste. Immer wieder wurden Stöcker auf Stein geschlagen. Es schien mindestens zwei Wesen zu sein. Denn von verschiedenen Stellen waren Whoop-Rufe zu hören. Die Männer holten eilig ihre Rekorder raus und begannen, alles aufzunehmen. Aufzunehmen. Aber das ist nicht so, dass es gestern bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Manchmal klang es gar, als wenn den beiden Männern eine Frage gestellt wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwischendurch macht es immer wieder den Eindruck, als ob die Wesen in der Dunkelheit miteinander diskutierten. Einmal wurde eine hohe Stimme zurechtgewiesen, wie ein Kind, das Anweisungen der Eltern erhält. Während die Wesen miteinander sprachen, schien irgendjemand den Sitz der Camptoilette immer wieder auf- und zuzuschlagen. Ron Moorhead konnte die Umrisse einer Gestalt erkennen. Sie rannte von der Toilette zu den anderen Stimmen. Dabei bewegte sie sich so geschmeidig, wie es für einen Menschen kaum möglich wäre. Danach kam es noch für etwa eine Stunde immer wieder zur Interaktion. Dabei stießen die Wesen whoopartige Laute aus. Immer wieder versuchte Moorhead die Rufe zu imitieren. Woopartige Laute 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 laute Woopartige Laute Woopartige Laute 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 Und woopartige Laute 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 lauteüllt Von Anfang an und seit nunmehr beinahe 50 Jahren schwebt über allem eine Frage. Was ist wirklich auf den Aufnahmen von Al Barry und Ron Moorhead zu hören? Eine Frage, mit der sich verschiedene Experten aus Wissenschaft, Militär und Signaltechnik beschäftigten und dabei zu teils spektakulären Erkenntnissen kam. Der ursprünglich skeptisch eingestellte Zeitungsreporter Al Barry versuchte, seine Aufnahme unmittelbar nach dem Entstehen Experten vorzulegen. In der Vergangenheit haben Fälscher von Bigfoot-Beweisen oft den kritischen Blick der Wissenschaft gescheut. Stattdessen wandten sie sich an die Presse. Nicht aber Barry. Er wusste, dass er 1972 etwas aufgenommen hatte, das schwer zu erklären war. Vielleicht könnte es jemand anderes und ihm sagen, was diese seltsamen Laute verursachte. Oder ob Barry vielleicht doch durch die Jäger hereingelegt worden war. Er wandte sich 1973 an den Primatenexperten Dr. William Mason vom Yerkes Regional Primate Center der Universität Kalifornien. Mason war sich sicher, dass auf den Bändern Primaten zu hören seien, allerdings menschliche. Denn Menschen wären die einzigen Primaten, die pfeifen. So wie es auf dem Barry-Tape zu hören ist. Al Barry wandte sich auch an einen Sprachwissenschaftler, Jarvis Bastian, ebenfalls von der Universität von Kalifornien. Bastian war sehr skeptisch. Seiner Meinung nach wäre hier ein chinesischer Dialekt zu hören, über den mehrere Filter gelegt wurden. Auch ein weiterer Linguist von der Universität in Connecticut zeigte sich wenig angetan von den Aufnahmen. Dr. Philip Liebermann war ein Spezialist für Primatenlaute. Er glaubte, die Aufnahmen seien Fälschungen, begründete dies aber nicht genauer. Letztlich war Barry ernüchtert. Er schrieb später, dass er seine Aufnahmen diversen Experten vorlegte, aber jeder schon vor der Analyse eine unumstößliche Meinung besessen hätte. Keiner glaubte an Bigfoot. Folglich müssten die Tapes eine Fälschung sein. Eine Ausnahme stellte die bekannte Schimpansen-Expertin Jane Goodall dar. Sie sagte, sie fände die Aufnahmen äußerst faszinierend und wünsche Barry und den anderen viel Glück bei der Aufklärung. Interessant wurde es dann, als Al Barry die Aufnahmen dem Militär schickte. Er reichte sie beim Marine-Luftwaffen-Stützpunkt China Lake ein. Die Navy behielt die Aufnahme sechs Monate und schickte sie danach an Barry zurück. Ohne jeglichen Kommentar. Wieso das Barry-Tape ein halbes Jahr im Besitz des Militärs blieb und welche Untersuchungen durchgeführt wurden, ist bis heute ein Rätsel. Barry wusste also auch ein Jahr nach seinen Erlebnissen noch immer nicht, was es mit seinen Bändern auf sich hatte. Weder technisch noch inhaltlich konnte er neue Erkenntnisse gewinnen. Hatten die Jäger ihm doch einen Streich gespielt? Vielleicht Geräusche vorher aufgenommen und manipuliert? Langsamer oder rückwärts abgespielt? Und das als Bigfoot-Sprache ausgegeben? Zum ersten Mal sollte er im November 1973 Antworten auf diese Fragen erhalten. Im November 1973 trat ein Mann namens I.E. Teibel im US-amerikanischen TV auf. Teibel war Präsident von Syntonic Research, einem hochprofessionellen Akustiklabor. Syntonic untersuchte die Nixon-Tapes in der berühmten Watergate-Affäre. Teibel behauptete nun im TV, dass sein Unternehmen jedes gefälschte Band als solches erkennen könne. Begeistert bat Barry darum, dass Syntonic sich die Sierra-Tapes anhöre. Teibel stimmte zu und so kam es zur ersten wirklich tieferen Analyse. Für diese hatte Barry mehrere Aufnahmen von sich und den Jägern eingeschickt. Kurze Zeit später erhielt er einen Brief von Syntonic mit folgendem Inhalt. Wir haben die Bandkopie, die sie uns am 11. November geschickt haben, mit dem hochwertigsten Ein-Viertel-Spur-Stereo-Wiedergabegeräten untersucht, die erhältlich sind. Ein Spektrum-Analysator und ein Doppelspur-Oszilloskop waren ebenfalls in der Signalkette angeschlossen. So, dass gleichzeitig eine visuelle Analyse durchgeführt werden konnte. Nichts am Band deutet darauf hin, dass die zu hörenden Laute durch technische Veränderungen erzeugt wurden. Sie sind so zu hören gewesen, wie sie aufgenommen wurden. Es sind keine akustischen Defekte erkennbar, die auf eine manipulierte Aufnahme hindeuten. Es ist kein Netzbrumm zu hören. Ein Netzbrumm wäre hörbar, wenn die Laute in einem Innenraum aufgenommen worden wären. Der Frequenzbereich ist menschenmöglich, wenn auch sehr ungewöhnlich. Die Laute könnten zumindest theoretisch von einem erwachsenen Mann produziert worden sein. Abschließend stellte Syntonic klar, dass es nicht mit letzter Sicherheit sagen könnte, ob auf den Aufnahmen wirklich Bigfoots zu hören waren. Dafür bräuchte man eine echte Bigfoot-Aufnahme als Vergleich. Zumindest schien die Möglichkeit eines offensichtlichen, plumpen Schwindels aber erstmal vom Tisch zu sein. Über Jahre hinweg bat Al Barry immer wieder verschiedene Experten um eine Analyse. Er hatte seinen Job als Reporter aufgegeben und sich vollständig dem Thema Bigfoot verschrieben. Barry, der eigentlich mit der Intention das Camp besucht hatte, dort eine Fälschung aufzudecken, begann sein Weltbild zu hinterfragen. Dass er keine Menschen hoch oben in den kalifornischen Bergen aufgenommen hatte, sollte ihm erstmals 1977 bestätigt werden, als sich ein Professor für Elektrotechnik die Aufnahmen anhörte. Professor Dr. Lynn Curlin war ein Lehrender an der Universität von Wyoming. Er ist Spezialist für Elektro- und Computertechnik, arbeitete für die NASA, für die Navy und in der Industrie. Unter anderem gilt er als Experte für Signalverarbeitung, insbesondere für akustische Signale. 1977 fertigte der Masterstudent Lasse Hertel unter Curlins Leitung eine Arbeit zu den Sierra Sounds an. Die Arbeit wurde von der Elektrotechnischen Fakultät finanziert. Curlin publizierte die Arbeit später im Universitätsverlag und sprach auf Konferenzen darüber. Er kam zum Schluss, dass auf den Sierra Tapes Laute zu hören sind, deren Verursacher größer als Menschen seien. Dies zeige sich zum Beispiel an der Tonhöhe. Wie tief oder hoch wir sprechen, ist eine Frage der Physik. Ausschlaggebend ist unter anderem die Größe der Stimmlippen. Kurze und feine Stimmlippen können pro Sekunde häufiger schwingen, erzeugen also eine höhere Frequenz und somit einen höheren Ton. Da Männer in der Regel längere und dickere Kehlkopfmuskeln haben, ist ihre Stimme von Natur aus tiefer als die von Frauen. Wendet man dieses Prinzip auf die unbekannten Sprecher der Sierra Sounds an, entsprechen die Frequenzen einem Menschen, der zwischen 2,20 Meter und 2,60 Meter groß ist. Weiter schaute Curlin sich die Formantfrequenzen an. Der Bereich zwischen Kehlkopf und Lippen wird Vokaltrakt genannt. Jeder Mensch erzeugt beim Aussprechen von Tönen eine Frequenz innerhalb dieses Bereichs. Manche von diesen Frequenzen sind unveränderlich. Sie sind bei einem bestimmten Sprecher und einem bestimmten Laut immer gleich. Diese sogenannten Formantfrequenzen geben auch Rückschlüsse darauf, wie groß der Vokaltrakt ist. Umso größer der Trakt, umso tiefer die Frequenz. Ähnlich wie bei einer Orgel, wo die längeren Pfeifen tiefere Töne erzeugen. Bei den Sierra Sounds waren diese Formantfrequenzen deutlich tiefer als bei Menschen. Curlin und Hertel kommt zur Einschätzung, dass auf den Bändern drei verschiedene Sprecher zu hören seien. Die Daten würden nämlich auf drei verschiedene Vokaltraktlängen schließen lassen. Diese wiederum entsprechen Menschen zwischen 1,95 Meter und 2,25 Meter. Das ist aber noch nicht alles. Curlin fand auch bei den Pfiffen Anomalien. Bei einigen sei eine Mehrstimmigkeit zu hören. Mit anderen Worten, es würden mehrere Töne gleichzeitig erzeugt. Normalerweise pfeifen wir Menschen, indem wir Luft durch die geformten Lippen pressen und dabei einen einzelnen Ton entstehen lassen. Mehrstimmig zu pfeifen ist zwar nicht unmöglich, aber für uns extrem schwierig zu erlernen. Dafür ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen Zähnen, Zunge und Mundwinkel erforderlich. Wer auch immer die Pfiffe auf den Sierra Aufnahmen verursacht hat, ist aber offenbar genau dazu in der Lage. Curlin gibt auch eine Erklärung, warum das so ist. Bei den Abnormpfiffen seien Formantfrequenzen vorhanden, die auf einen extrem kurzen Vokaltrakt schließen lassen, teilweise halb so groß wie der eines durchschnittlichen Mannes. Möglicherweise entstanden diese Frequenzen aber gar nicht, weil der Vokaltrakt so klein ist, sondern weil nur ein Teil von ihm benutzt wurde. Zum Beispiel, indem Luft nicht durch die Lippen gepresst wird, sondern durch die Öffnung zwischen den Stimmbändern. So könnte die Mehrstimmigkeit erklärt werden. Jemand oder etwas pfiff gleichzeitig durch den Mund und durch den Kehlkopf. Ein ähnliches Phänomen kennen wir zum Beispiel von den berühmten Kehlkopf-Singern. Sie erzeugen mehrere Töne gleichzeitig, indem sie ihren Kehlkopf verengen und dort Resonanzen entstehen lassen. Das Thema Pfeifen ist bereits seit frühesten Erzählungen eng mit dem Thema Bigfoot verbunden. Diverse Stämme nordamerikanischer Ureinwohner erzählen Geschichten über pfeifende Ungeheuer aus den Wäldern und Bergen. Traditionelle Masken und Kostüme zeigen geformte Lippen, die das Pfeifen nachahmen. Auch heute noch berichten Bigfoot-Zeugen immer wieder von Pfiffen. Häufig auch im Austausch mehrerer Bigfoots untereinander. Sollte es diese Wesen tatsächlich geben, sind sie offenbar nicht daran interessiert, entdeckt zu werden. Das Verstecken in abgelegenen Regionen könnte deswegen ein komplexes System der Kommunikation notwendig machen. Möglicherweise auch mit Pfiffen. Tatsächlich existiert Pfeifsprache in sehr seltenen Fällen auch bei uns Menschen. Sie wird in topografisch anspruchsvollen Regionen praktiziert. Dort, wo die Bevölkerung über weite Distanzen miteinander kommunizieren muss. Ein Beispiel findet sich im mexikanischen Oaxaca. Dort haben Menschen eine Pfeifsprache entwickelt, mit der sie sich in den Bergen untereinander austauschen können. Auch die Pfiffe der Sierra-Sounds könnten solch eine Form der Kommunikation darstellen. Letztlich gelangt Dr. Curlin in seiner wissenschaftlichen Arbeit zu folgendem Fazit. Die Mittelwerte und Bereiche der aufgezeichneten Tonhöhe und die geschätzte Länge der Vokaltrakte deuten darauf hin, dass die Laute von einem Wesen erzeugt wurden, mit stimmlichen Merkmalen, die einer größeren physischen Größe als der des Menschen entsprechen. Das Band weist keine der erwarteten Anzeichen einer Voraufnahme oder einer Aufnahme mit geänderter Geschwindigkeit auf. Somit verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Schwindels. Keine von Curlins Erkenntnissen beweist für sich genommen die Echtheit der Sierra-Sounds. In ihrer Summe lassen sie ein Schwindel allerdings immer komplexer erscheinen. Ein bis zu 2,60 Meter großer, Kehlkopf-singender Witzbold, der mit seinen Freunden meilenweit von der nächsten Straße entfernt und bei Minusgeraden einer Gruppe bewaffneter Jäger nächtliche Streiche spielt? Dafür, dass Ron Moorhead, Al Barry, Bill McDowell und die Johnson-Brüder selber einen Schwindel initiiert haben könnten, gab und gibt es keinerlei Beweise. Jeder aus der Gruppe hat bereitwillig eigene Aufnahmen zu Analysezwecken zur Verfügung gestellt. Sie haben Experten verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen aufgesucht und sogar in ihr Camp eingeladen. Die Presse wurde anfangs bewusst gemieden. 1974 nahm Warren Johnson sogar seinen zehnjährigen Sohn David mit zum Lager. Als die nächtlichen Laute begannen, geriet der Junge in Panik. Wäre alles eine Fälschung, hätte ihn also sein eigener Vater skrupellos dafür benutzt. Vielleicht sind einige Methoden von Dr. Curlin und den anderen mittlerweile überholt und die Erkenntnisse dementsprechend nicht mehr richtig. Um das herauszufinden, müssten sich weitere Experten mit den Aufnahmen beschäftigen, die mittlerweile für jeden im Internet zu finden sind. Das Interesse an solchen Analysen scheint allerdings nicht groß zu sein. Und so haben die Aussagen von Dr. Curlin und Syntonic bis heute Bestand. Bisher war allerdings nur bestätigt worden, dass keine technische Manipulation der Aufnahmen vorliege und dass die Signaleigenschaften auf übermenschlich große Sprecher deuteten. 2008 trat dann ein Mann hervor, der sich erstmals mit dem Inhalt der Sierra Tapes auseinandersetzte. Ein Sprachexperte des Militärs wandte sich an Ron Moorhead und hatte ihm Sensationelles zu berichten. Wer auch immer auf den Bändern zu hören sei, benutze eine komplexe Sprache. Und zwar keine, dem Menschen bekannte. 2008 wurde Ron Moorhead von Scott Nelson kontaktiert. Nelson war damals Fremdsprachenlehrer an einem College in Missouri. Zuvor hatte er 30 Jahre für die Navy gearbeitet. Sein Sohn wollte ein Schulreferat über Bigfoot halten und bat Scott um Hilfe. Als sie herausfinden wollten, wie Bigwoods wohl klingen könnten, stießen sie auf die Sierra Tapes. Beim Anhören kam Nelson dann die Fähigkeiten zugute, die er sich beim Militär erworben hatte. Er hatte viele Jahre als sogenannter Cryptologic Technician Interpretive gearbeitet. Im allgemeinen Sprachgebrauch auch Kryptolinguist genannt. Eigentliche Aufgabe von Kryptolinguisten ist es, ausländische Kommunikation zu überwachen und zu protokollieren. Die meiste Zeit wird dabei gesprochene menschliche Sprache transkribiert. Das heißt, die geäußerten Laute werden verschriftlicht. Zwar müssen Kryptolinguisten als Teil ihrer Ausbildung mehrere Fremdsprachen erlernen, allerdings umfasst ihr Tätigkeitsfeld noch mehr. Sie müssen in der Lage sein, selbst ihn unbekannte Sprachen in Lautschrift festzuhalten und sprachliche Muster zu erkennen. In der Abschlussprüfung müssen Kryptolinguisten eine ausgedachte, nichtmenschliche Sprache so weit erlernen, dass sie Fragen in dieser beantworten können. Kurz, wenn es jemanden gäbe, der für die Analyse der Sierra Tapes geeignet wäre, dann ein Kryptolinguist wie Scott Nelson. Er selbst betont immer wieder, dass er vor jenem Tag 2008 absolut keine Verbindung zu Bigfoot besaß. Er bezeichnet sich auch heute noch als Language Guy, nicht als Bigfoot Guy. Als er mit seinem Sohn die Sierra Tapes abspielte, hatte er eigentlich etwas wie einfache Affenlaute erwartet. Vielleicht ein Grunzen. Doch dann kam alles anders. Ich spielte. Ich spielte. Ich spielte. Ich spielte. Nach eigenen Angaben bemerkte Nelson sofort drei Dinge. Erstens. Die Sprecher seien keine Menschen. Menschen könnten einige der Laute nicht erzeugen. Zudem sprechen sie fast doppelt so schnell wie Menschen und reagierten auch ebenso schnell auf Äußerungen untereinander. Zweitens. Was auf den Sierra Tapes zu hören ist, sei eine komplexe, menschenähnliche Sprache. Obwohl die Laute auf nichtmenschliche Weise geäußert werden, seien sie menschlichen Lauten so ähnlich, dass sie von einem ähnlichen Sprechapparat kommen müssten. Bestehend aus Zunge, Zähn, Lippen, Bronchialsystem, Mund- und Nasenraum. Nelson konnte insgesamt 39 Phoneme isolieren. Also kleinste Lauteinheiten, die zusammengesetzt Wörter und Sätze ergeben. Es seien wiederkehrende Laute, die wechselseitig in eine Art Gespräch geäußert werden. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft von Sprache nach menschlicher Definition. Nelson sagt dazu, Zitat, Auf den Sierra Tapes finden wir einen Diskurs. Wir finden Wortbeugungen wie bei Fragen und Antworten oder bei Befehlsformen. Es gibt Ausdruck von Emotion, Einschüchterung oder Verneinungen. Diese Vokalisation weisen Merkmale auf, die konventionell, automatisiert, willkürlich und kreativ sind. All dies sind Eigenschaften der menschlichen Sprache. Tatsächlich seien so viele Eigenschaften menschlicher Sprache vorhanden, dass vermutlich selbst jene vorkommen, die wir bisher noch nicht entdeckt haben, wie zum Beispiel Grammatik. Als drittes und letztes hat Nelson für sich festgestellt, dass die Aufnahmen nicht gefälscht sein könnten. Im Laufe seiner Karriere habe er mit allen nur erdenklichen Fakes zu tun gehabt. Zum Beispiel verlangsamte und beschleunigte Wiedergabe, Verschiebung von Tonhöhen und Längen, rückwärts abgespielte Aufnahmen und Verzehreffekte. Nichts davon sei auf den Sierra Tapes zu hören. Nelson habe 30 Jahre lang Sprache von Menschen analysiert, die die besten technischen Mittel der Welt zur Verfügung hätten. Er könne deswegen Modifikationen einer Aufnahme sofort erkennen. Zusammengefasst sagt Nelson also Folgendes. Die Sprecher auf den Sierra Tapes seien nicht menschlich. Sie sprechen eine komplexe Sprache und die Tonbänder seien nicht technisch manipuliert worden. Ron Moorhead und L. Berry hatten 35 Jahre auf jemanden wie Scott Nelson gewartet. Er erhielt CDs mit allen Aufnahmen und transkribierte sie vier Monate lang. Da es nicht möglich war, eine völlig unbekannte Sprache zu übersetzen, suchte Nelson nach lautlichen Strukturen. Dies sind einige seiner Beobachtungen. Zwischen dem Berry-Tape und Moorheads-Aufnahmen besteht ein großer Unterschied. Bei Berry erfolgt die Lautartikulierung so schnell, dass sie für einen Menschen kaum verständlich ist. Beim Moorheads-Tape erscheinte es dagegen so, als versuchten die Sprecher extra langsam zu reden, um besser verstanden zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die ZDF für funk, 2017 weiter würden die Sprecher ihre Äußerungen öfters mit einem Schnauben beenden. Etwa so, als wenn man im Funkverkehr einen Spruch mit Over abschließt. Dieses Phänomen wird Terminal Expression genannt, übersetzt so viel wie Endausdruck. Laut Nelson können wir dieses Phänomen auch bei menschlichen Sprachen beobachten, etwa dem chinesischen. Zudem sei auffällig, dass die Sprecher auf dem Sierra Tapes Laute beim Einatmen artikulieren. Dies sei zwar auch für Menschen grundsätzlich möglich, allerdings nicht auf die Weise, wie auf den Tapes zu hören. Dort werde bei fast jedem Inhalieren ein Laut erzeugt. Und das auf so natürliche Art und Weise, wie sie nur durch jahrelange Praxis erlernt werden könnte. Im Laufe der Zeit hat Nelson die Aufnahmen diversen Freunden und Schülern aus seinen Sprachkursen vorgespielt. Ein japanischer Bekannter sagte, es klänge wie eine alte Form des Japanischen. Er bezog sich auf das typische tiefe Staccato und die Art der Lautäußerung. Ähnliches hörte Nelson von Cherokee-Ureinwohnern, von Shoshonen, Russen, Farsi- oder Englischsprechern. Wer nur lange genug hinhört, scheint Teile seiner eigenen Sprache hinaus zu hören. Natürlich erinnert dies an das Phänomen der Pareidolie. Menschen glauben, Bekanntes in Unbekanntem zu sehen oder zu hören. Allerdings könne man laut Nerzen ebenso gut die Frage stellen, ob Bigfoot oder wer auch immer auf diesen Sierra Tapes zu hören sei, vielleicht einfach eine sehr alte Spezies ist. So alt, dass sie seit Urzeiten verschiedene Sprachen von Menschen mit anhörte und teils sogar erlernte. Nelson stellt aber auch klar, dass es nur eine einzige Möglichkeit gäbe, den Inhalt der Sierra Tapes wirklich zu verstehen. Man müsste sich mit einem Bigfoot hinsetzen, diesen auf Objekte zeigen lassen und die dazu passenden Laute gesagt bekommen. Auch wenn Nelson sich noch immer als Language Guy bezeichnet, er das Wort Bigfoot eher vermeidet und stattdessen lieber von den Sierra Beings spricht, seine eigene Erfahrung sagt ihm, dass die Aufnahmen echt sind und wir darauf nicht menschliche Wesen und ihre Sprache hören. Wollte man wirklich an eine Fälschung glauben, wäre der Aufwand laut ihm beispiellos. Eine Gruppe von genialen Verschwörern hätte ihre eigene Sprache erfinden müssen und die dazu passenden Laute auf einem Menschen unmögliche Art äußern. Dazu bewaffnete Jäger in entlegenen Bergen aufsuchen und diesen über Jahre hinweg ein Streich spielen. Für Nelson ist daher klar, es ist vernünftiger, die Existenz eines noch unbekannten Wesens anzunehmen, als an solch einen Komplott zu glauben. L. Berry sagte einmal zu Ron Moorhead, er wünschte, es wäre alles nur ein Schwindel. Dann wäre es einfacher zu verstehen. Trotz der Analysen diverser Experten konnten die Sierra Tapes nie als Fälschung entlarvt werden. Es gibt keine Beweise für eine technische Manipulation der Bänder. Gleichzeitig aber viele Indizien dafür, dass die Sprecher etwas anderes als Menschen sind. Vielleicht würden neueste wissenschaftliche Analysen Licht ins Dunkel bringen und teils jahrzehntealte Erkenntnisse revidieren. Allerdings fehlen solch moderne Analysen. Womöglich, weil sich kein Wissenschaftler an das Thema Bigfoot herantraut oder damit beschäftigen will. Vielleicht aber auch, weil die Studien von Professor Curlin und Co. schlicht noch immer nicht widerlegt werden können. Abgesehen davon müssen sich die Jäger allerdings bis heute der skeptischen Frage stellen, wieso sie es nicht geschafft haben, einen Bigfoot auf Kamera aufzunehmen. Wie schon andere Zeugen geben auch sie dieselben Antworten darauf. Die Wesen scheinen die Absicht, gefilmt zu werden, förmlich zu spüren und genau dann abzutauchen. Einige meinen, Bigfoots könnten Elektrizität wahrnehmen, im Infrarotbereich sehen oder sogar Gedanken lesen. Auch rund um das Sierra Camp soll es zu zahlreichen paranormalen Aktivitäten gekommen sein. Orbs, metallische Geräusche, schwebende Gegenstände und technische Geräte, die plötzlich versagen. Aber dies ist die Geschichte eines anderen Videos. In diesem hier sollte es ausschließlich um die Sierra Tapes gehen. Vielleicht hat sich tatsächlich eine Gruppe von Männern einen Spaß erlaubt. In einer abgelegenen Bergregion über Jahre hinweg Aufzeichnungen angefertigt, ihre eigenen Kinder mitgenommen und hereingelegt, auf Presse und Berühmtheit verzichtet, Wissenschaftler eingeladen, die Laute selber zu erleben und nun würden sie auch knapp 50 Jahre später noch immer an ihrem Schwindel festhalten, mit dem sie Linguisten, Anthropologen und Signaltechniker genaht haben. Oder es ist doch wahr und Morhead und die anderen haben etwas aufgenommen, das sich einer komplexen Sprache bedient, ohne ein Mensch zu sein. Etwas, das tief in den nordamerikanischen Wäldern lebt und das wir heute kennen als Bigfoot. Was sich in den 1970er Jahren in den Sierra Nevadas wirklich ereignete, wird wohl ein Rätsel bleiben. Tiger ... die ... Untertitelung des ZDF, 2020